Querfeld 1. Querfeld 1. Alle Themen rund ums Rad. Eishockey natürlich. Dirk, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Hallihallo, ich grüße dich, André. Ja, und Dr. Robert Peschke ist da, unser CEO von Little John Bikes. Robert, das ist ja für dich nun bei weitem nicht das erste Mal hier im Studio. Also schön, dass du auch wieder da bist. Hallo. Ja, guten Morgen, André. Ich bin halt in der Labertasche, deswegen bin ich so gern bei dir. Und schön, dass ich wieder kommen durfte. Und verrate uns bitte mal, was hat denn bitte schön Eishockey und was hat Fahrradfahren miteinander zu tun? Und wie geht das zusammen? Also wie kommen wir heute, ich meine, ich freue mich riesig, dass der Dirk da ist. Wie kommen wir heute zum Dirk Rohrbach und wie kommen wir zu den Lausitzer Füchsen? Wie hängt das zusammen? Erzählt mal bitte. Ja, Little John Bikes ist seit dieser Saison unser Partner, unser Sponsor. Aber Robert verbindet natürlich mit der Lausitzer sehr viel. Er ist aufgewachsen, er war auch in den jugendlichen Jahren auch Eishockey-Spieler gewesen. Und wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, aber jetzt haben wir uns wiedergefunden. Und wichtig ist natürlich, dass wir uns partnerlich unterstützen, dass wir Spaß miteinander haben, aber natürlich auch die Leute, die die Region dementsprechend Mehrwert hat. Und sehr gut ist natürlich, dass wir für unsere Profis Fahrräder zur Verfügung gestellt bekommen haben, die sie regelmäßig nutzen, sportlich, aber auch den Weg in die Eisarena immer mit dem Fahrrad fahren. Und so hat das angefangen, so sind wir zusammengekommen und ich denke, das ist eine wunderbare Ehe. Ja, das wollte ich jetzt gerne nochmal genau wissen. Also Robert, du hast tatsächlich auch auf dem Eis angefangen. Also es gibt da Verbindungen zwischen dir und den Kufen und den Lausitzer Füchsen? Ja, es gibt ganz viele Verbindungen auf mehreren Ebenen. Ich fange mal ein bisschen übergeordnet an. Wenn man sich so ein bisschen in die Sporthistorie schaut, dann sieht man, dass es muskulär zwischen Fahrradfahren und zwischen Eishockey ein paar Verwandtschaften gibt. Ich will das mal so ausdrücken. Das ist so in den 80er Jahren erkannt worden zu sagen, Mensch, diese beiden Disziplinen, zumindest im Bereich Schnellkraft, gibt es dort Überschneidungen. Das ist sicherlich ein Thema, was wir nachher nochmal besprechen werden. Es gibt natürlich noch einen starken persönlichen Bezug. Der Dirk hat das schon angeschnitten. Ich bin Weißwasseraner, kann man sagen. Meine Mutter war Lehrerin auf der Eishockey-Sportschule. Damals, ich würde sagen, Juri-Gagarin-Schule hieß die. Ist das richtig, Dirk? Achte POS. Ja, Achte POS. Und dann gibt es natürlich noch ein starkes, persönliches, halbtraumatisches Erlebnis, auf das ich vielleicht später auch nochmal eingehen werde. Mir war es nicht vergönnt, so wie der Dirk eine professionelle Eishockey-Karriere später entwickeln zu dürfen. Da gab es diverse charakterliche Mängel oder Dispositionen, die mich daran gehindert haben. Aber das werde ich später nochmal erzählen. Ich habe mir das jetzt schon notiert. Halbtraumatisch, das wird es nicht vergessen. Das möchten wir jetzt im Laufe des Podcasts noch hören. Ich will noch was ergänzen, André. Und es geht einfach darum, und deswegen ist mir das so wichtig und da freue ich mich auch sehr, dass der Dirk heute gekommen ist, zu sagen, hier in unserer Region, wir stehen vor starken Umbrüchen und wenn wir ehrlich sind, Dirk, schon seit 30 Jahren. Genau. Jetzt kommt durch den Strukturwandel der nächste große Umbruch und eingangs hat das der Dirk erwähnt und hat gesagt, wir brauchen einfach Leute, die anpacken, wir brauchen Macher, wir brauchen weniger Jammerlappen, ich will das mal so ausdrücken, sondern Leute, die sagen, okay, wir ergreifen die Chance, die wir haben, wir haben eine wunderschöne Natur, wir haben einen ganz tollen Eishockey-Verein in der Lausitz, wir haben ganz andere tolle Dinge, die wir hier haben, viele tolle Sportvereine. Wir sind von der Tradition her eine Gegend, in der sportliche Aktivität und Leistungen immer gefordert und gefördert wurden. Und deswegen habe ich den Dirk gefragt, ob er die Möglichkeit hat, ein bisschen was über seinen Verein, über seinen Tun hier zu erzählen, weil das eine wahnsinnige Leistung ist, in so einer Region, in der wir sind, ein Riesenbudget für einen professionellen Eishockey-Verein auf die Beine zu stellen. Und, das zeigen ja die Zuschauerzahlen, es gibt eine unfassbar große Resonanz, eine unfassbar große Identifikation und das ist einfach bemerkenswert. Danke für das Stichwort. Wir hatten heute Morgen in der Sendung, wir sind natürlich auch im Radiostudio, wir hatten heute Morgen in der Sendung auch schon das Thema und haben gesagt, wenn man die ganze negative Energie, die momentan bei uns im Land unterwegs ist, wenn man die bündeln würde und die in Heizenergie zum Beispiel oder überhaupt in Energie umwandeln würde, dann könnte man, glaube ich, in Weißwasser die Eishalle den ganzen Winter heizen, beziehungsweise kühlen, heizen und kühlen. Ja, genau. Eine Eishockey-Halle wird nicht geheizt, oder? So prinzipiell nicht, oder? Nein, also es ist so, wir haben acht, neun Monate das Eis zur Verfügung. Es wird Mitte August gemacht, da ist natürlich noch Hochsommer, also es ist schon für die Kälteanlagen schon eine harte Arbeit. Also wir brauchen insgesamt 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das ist schon eine Menge. Natürlich ist es klar, wir müssen gucken auch, da ich auch im Stadtrat tätig bin seit mittlerweile über 15 Jahren, Nachhaltigkeit wird groß geschrieben und ist natürlich auch in aller Munde. Und deshalb müssen wir sehen, wie wir unsere Eisarena auch nachhaltig bekommen. Das heißt, mit erneuerbaren Energien aufstücken können, dass wir nicht so eine hohe Kosten haben, weil es wird ja dann dementsprechend auch an die Mieter umgelegt. Und wir sind Hauptmieter bei uns in der Eisarena. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir da Hand in Hand mit der Stadtverwaltung zusammen Wege aufzeigen, die für alle, für den Eishockey-Sport, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger vorteilhafter ist. Und da ist natürlich wichtig, diese Power, die wir brauchen da auf dem Eis. Aber wie gesagt, wir haben immer bis Ende April das Eis. Der Nachwuchs ist natürlich für uns auch, spielt eine Riesenrolle. Wir haben 180 Kinder, Mädchen und Jungs. 20 Prozent sind ungefähr Mädchen in allen Altersklassen. Und das ist natürlich auch wichtig. Die brauchen auch 1500 Stunden, Eisstunden für den Trainingsbetrieb. Das ist auch so vorgegeben vom Deutschen Eishockey-Bund. Und wir als Hauptmieter. Aber wir haben auch 16, 17 Hobby-Vereine, die regelmäßig zu uns aufs Eis kommen. Und eigentlich der Bedarf in Weißwasser liegt bei 1,6 Flächen. Also wir können eine Fläche zwölf Monate bedienen und nochmal zu den Stoßzeiten oder Monaten von September bis März noch eine zweite Fläche benötigen, um den Bedarf abzudecken. Und da sieht man schon mal die Euphorie. Und was auch ganz wichtig ist, was es eigentlich auch in Sachsenweit einzigartig ist, bei uns ist in der Grundschule, in der ersten Klasse ein halbes Jahr Pflicht, auf dem Eis zu gehen. Jeder, der aus Weißwasser kommt, kann Schlütschuh laufen. Ihr habt das ja beide erlebt. Und Dirk, nochmal ganz persönlich. Du hast ja angefangen als Spieler, dann Trainer, jetzt Geschäftsführer. Was Besseres kann einem doch als Sportler eigentlich nicht passieren, oder? Ja, das ist natürlich eine Karriere, die auch seinesgleichen sucht. Das muss man schon sagen. Und man muss ja ein bisschen von der Historie zurückgehen. 1932, am 15. Dezember wurde unser Verein gegründet. Das hat aber mit dir noch nichts zu tun. Nein, mein Opa. Achso, der Opa. Darum muss ich zurückgehen. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ja, ich muss darum jetzt ein bisschen, um da nochmal in die Historie zu gehen. Also mein Opa war eins der Gründungsmitglieder am 15.12. Und ich bin mit drei Jahren auf dem hiesigen Braunstück mit ihnen gegangen und habe die ersten Schritte da absolviert. Und dann hatte ich natürlich im Nachwuchsbereich die Chance, bei Dynamo Weißwasser zu arbeiten. Eine sehr gute Qualität. Und für mich kam die Wende natürlich perfekt. Bin dann Profi geworden. 15 Jahre war Weißwasser in Hannover, in Herne gespielt, aber auch in Krimmetschau. Und bin dann zurück wieder in meine Heimat gekommen. Dann wurde ich Trainer, Cheftrainer bei der Lauter Füchsen knapp sieben Jahre lang und bin dann Chefsführer geworden. Ehrenamtliche Tätigkeiten wie Vorstand vom Nachwuchsverein. Wir sind ja ausgegliedert. Wir sind ja Profi GmbH, also Spielbetriebs GmbH. Der Stammverein habe ich 16 Jahre als Vorstand agiert. Bin jetzt Beiratsvorsitzender vom Stammverein. Wie schon erwähnt, 15 Jahre Stadtrat, weil das auch wichtig ist für uns, für die Entwicklung. Jetzt Strukturwandel, vorher war es ein Strukturbruch. Und da müssen wir natürlich sehen, dass wir Lebensqualität in unsere Region kriegen. Bin auch bei der IHK Vollversammlung aktiv. Wir haben letztes Jahr Teamsport Sachsen-Verein gegründet, e.V. Also alle Top-Teams hier in Sachsen sind vereint. Und da bin ich auch im Vorstand aktiv. Also mir wird nicht langweilig. Also irre, unterwegs an vielen, vielen, vielen Stellen. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zur Verbindung Fahrrad und Eis, beziehungsweise Eishockey. Wir hatten die große Freude, bei Robert Peschke auf der Terrasse zu sitzen. Und er hat gesagt, ihr kennt doch bestimmt Christa Luding-Rotenburger und die Geschichte. Da bin ich kurz ins Straucheln gekommen und hat gesagt, also diese Frau zeichnet etwas aus. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Athletin, irgendeinen Athlet gibt auf der Welt, der das schon mal geschafft hat. Nämlich bei Olympischen Spielen sowohl Winter als auch Sommer jeweils eine Medaille zu holen. So, erzählt mal ganz kurz für alle, die genauso da gesessen hätten auf der Terrasse vom Robert wie ich. Warte mal, ja, habe ich schon mal gehört den Namen, da war mal was. Erzählt mal. Und sie verbindet ja mit Weißwasser auch, dass sie eben in Weißwasser geboren ist. Genau, also Christa, ich hatte sie letztes Jahr gesehen, da war, wir hatten ja zu DDR-Zeiten Dynamo Weißwasser auch eine Sektion Eischnelllauf gehabt. Wir hatten eine überdachte Eischnelllauffläche gehabt, wo natürlich bis zu 13, 14 Jahren die Jungs und Mädels da trainiert haben. Und dann sind sie in die Leistungszentrum, ob Berlin oder Dresden gegangen. Und Christa war natürlich einer unter denjenigen, die da sehr viel Gas gegeben haben auf dem Eis, aber dann auf dem Fahrrad. Und das war, glaube ich, 1988 in Seoul, wo sie da Vize-Olympiasiegerin geworden ist im Sprint. Und das verbindet schon. Und Robert hat es vorhin gesagt, also sportlich sind wir nicht so weit auseinander. Also Oberschenkel braucht beide, wir als Eischnelllauf, aber auch die Fahrradfahrer oder die Sprinter. Und da ist es natürlich passend, dass man sie damals die Option gewählt hat, neben Eischnelllauf aber in den Sommerspielen aufs Rad zu steigen. Und das hat sich ja gezeigt, dass sie das sportlich perfekt kann und mit dem zweiten Platz bei den Olympischen Spielen auch klargestellt hat, dass sie eine einzigartige Sportlerin ist oder war. Und dass natürlich auch das für uns, ich sag mal, schon eine Riesensache war, aus Weißversack kommend mehrere Medaillen geholt und dann vor allen Dingen Winter- und Sommerspiele absolviert und erfolgreich. Das ist schon einzigartig. Sind es die Jungs heute im Sommer, also während des aktiven Trainings auch auf Fahrrädern? Ja, also wir haben zu DDR-Zeiten war es mehr das Laufen gewesen. Jetzt sind wir knieschonender aufs Rad. Also das ist schon auf alle Fälle eine Trainingsmaßnahme im Sommer, weil, wie sagt man, der Wintersportler wird im Sommer gemacht und da sind wir viel, ich sag mal, aktiv mit dem Fahrrad, weil das erstmal, die Natur bei uns ist natürlich bombastisch. Wir haben viele Radwege, wir haben viele Möglichkeiten, da auch uns auszutrainieren. Aber wichtig ist natürlich auch diese Grundlagen für die Saison zu schaffen und da ist natürlich Fahrradfahren, Ausdauersport natürlich auch eine wichtige Rolle und das macht natürlich auch Spaß für die Spieler. Jetzt, ich hab mir ja hier halbtraumatisch aufgeschrieben, was der Robert vorhin schon angeteasert hat. Da möchte ich jetzt gern drauf zurückkommen. Also Robert, du hast es schon angedeutet, es ging auf dem Eis für dich ja auch los und ging dann zum Fahrrad. Ja, beides im Leistungssportbereich. Wieso bist du weggekommen vom Eis, wenn ich jetzt nochmal ganz konkret nachfragen darf? Ich ringe schon die ganze Zeit nach der Story, nach der richtigen Story, die wir hier unter uns erzählen wollen. Unter uns, ja, ja. Ich krieg auch die Jahre, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr ganz genau zusammen. Aber ich hab natürlich, ich würde behaupten, spätestens mit dem vierten Jahr angefangen mit Schlittschuh fahren. Bin direkt in den Kindergarten gegangen, der gegenüber von der Eishalle war. Meine Mutter war damals schon Lehrerin an der Eishockey-Sportschule, so wie es damals eben genannt wurde und war selbstverständlich für einen Jungen, dass der zum Eishockey geht. Ich hab gerade schon ein, zwei Namen ja mit dem Dirk ausgetauscht. Die Trainer, die mich damals trainiert haben, sind, glaube ich, alle mittlerweile nicht mehr aktiv. Bei mir hat es sich aber eben gezeigt, dass ich im Laufe der Jahre so nicht so ganz geeignet bin für den Mannschaftssport. Also die Diagnose, das war damals mal mit einem Spiel in der Tschechei gegen eine junge tschechische Mannschaft. Die Diagnose, nachdem ich meine eigenen Mitspieler nicht so gut behandelt habe auf dem Eis, war dann, der Junge ist zu je zornig für eine Mannschaftssportart. Heutzutage würde ich vielleicht sagen, ehrgeizig. Sodass dann die Diagnose kam, der muss was anderes machen. Ich bin sozusagen dann nach Hause gekommen mit der Diagnose, das wird irgendwie nichts mehr. Der Junge muss an die frische Luft. Ja, das war irgendwie in der sechsten Klasse und der Junge sollte was machen, wo er mit sich selber beschäftigt ist. Und mein Vater war früher auch Wasserballer, also sehr sportlich engagiert, hat dort auch aktiv gespielt und hat dann gesagt, also du kannst alles machen, aber nicht zu Hause sitzen und hat mich kurzerhand in Bad Musgau in so einen ganz Mini-Radsport-Fahrradverein angemeldet, weil er schon davon gehört hatte, dass es eben diese Überführungsmöglichkeit gibt zu sagen, ja Sommer und Winter, Fahrradfahren, Eishockey und so weiter. Jetzt mache ich das mal kurz. Eine Woche später war ich in Cottbus auf der Bahn, da gab es damals so einen Olympia-Preis, hieß das. Hört sich großartig an. Da ist einfach jede Woche ein Radrennen gewesen auf der Bahn, um Nachwuchs zu sichten. Das Nachwuchssichtungssystem, Dirk hatte das auch schon so ein bisschen im Vorgespräch erwähnt, war ja deutlich professioneller. Das heißt, Trainer und Sportfunktionäre sind permanent unterwegs gewesen, um junge Talente zu sichten, weil der Trichter, das hat sich nicht verändert, oben muss recht breit gemacht werden, damit zum Schluss unten ein Olympiasieger ausfällt. Ich will die politische Ambition mal weglassen, sondern mich nur klar auf das Sichtungssystem, also auf die Technik konzentrieren und die war einfach einzigartig. Ich saß auf dem Rad, fiel in der dritten Kurve direkt von der Bahn, weil ich natürlich in meinem Leben noch nie auf so einer Bahn gefahren bin. Ich glaube, es ging auch ein bisschen mit Tränen zu. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab dann den 500 Meter, das 500 Meter Zeitfahren, was ich gewonnen habe. Also ich war ungefähr sechs Tage im Radsport angemeldet. Ich konnte auch noch nicht mal richtig mit dem Fahrrad umgehen auf der Bahn. Du hast ja dort einen starren Gang, also du musst ja treten. Wenn du das nicht machst, fällst du runter von der Bahn, so wie ich. Und dann kam damals relativ schnell der Gerd Müller auf mich drauf zu. Das ist der ehemalige Trainer gewesen von Lutz Heslich. Lutz Heslich hat ja in den 80ern über zehn Jahre die Szene dominiert. Ich glaube, viermal Weltmeister, zweimal Olympiasieger und einmal Olympiasieg ist ihm aus meiner Perspektive genommen worden, weil die DDR damals nicht teilgenommen hat aus politischen Gründen. Gerd Müller kam zu mir und hat gesagt, Robert, was machst du denn hier? Wer bist denn du? Weil ich da mit meinem wirklich drittklassigen Fahrrad, Baumwolltrikot und mit offenen Knien da rumgestolpert bin. Und dann ging das recht schnell. Dann bin ich in ein sogenanntes Trainingszentrum gekommen nach Sprennberg. Da gab es dann schon mal ein ordentliches Fahrrad und auch einen ordentlichen Trainer. Und ganz schnell ging es dann von Sprennberg eben auf die Sportschule nach Cottbus, sodass man dann, ich sag mal, die Brücke schlagen konnte und sagen, okay, die ersten irgendwie sechs Jahre Eishockeysport konnte ich zumindest muskulär dahingehend verwerten. Und zu sagen, ich werde dann eben Bahnradsportler und Sprinter, bin natürlich auch Straßenrennen gefahren. Und das hat sich auch ganz gut angestellt. Das ist die Brücke. Wollte ich sagen. Und ich tendiere immer sozusagen die Diagnose Jezornigkeit etwas Positiver für mich selber zu interpretieren und zu sagen, ich habe sicherlich mein ganzes Leben einen gewissen Zug zum Tor, so würde man das vielleicht sagen, im Eishockey oder im Fußball. Und arbeitet auch daran, dass die physischen Ausfälle, die habe ich mittlerweile unter Kontrolle auch schon seit vielen Jahren und arbeitet daran, die Energie in Richtung Lösung und in Richtung Ziel zu kaprizieren. Das ist jetzt die persönliche Story. Aber Dirk, eine gewisse Ruppigkeit gehört doch zum Eishockey dazu, oder? Was sagt der Spieler, der Trainer? Ja, das braucht man. Ich meine, eine gewisse Aggressivität, eine gewisse Power. Eishockey ist die schnellste und härteste Mannschaftssportler der Welt. Ich sage mal, heutzutage wärst du immer noch Eishockeyspieler und wärst wahrscheinlich auch Profi geworden. Damals war es vielleicht ein bisschen anders. Wir hatten auch sehr viele Kinder und wir hatten pro Jahrgang so 40, 50 Kinder immer gehabt und dann wurde aussortiert, bis man dann auf eine Zahl von 20 ungefähr gekommen ist. Da gab es schon einige Tränen. Bei dir war es ein anderer Weg, warum du da nicht mehr weitergespielt hast. Aber ich sage mal, es ist nicht so schlecht, dass auch was Gutes dran ist. Und ich sage mal, mit den Legenden, Cottbus war ja damals unser Bezirk Cottbus gewesen und Radsport hat natürlich da eine Riesentradition. Mit Lutz Heslich, den ich auch persönlich kennengelernt habe, oder Lothar Thoms, 1000 Meter, Olympiasieger, Bernd Rogan und so weiter. Das sind natürlich auch Größen, die aus Cottbus gekommen sind. Aber natürlich zum Eishockey-Sport nochmal zurückzukommen, eine gewisse Härte, Ellbogen braucht man. Sonsten hat man sicherlich keine Chance. Allerdings, aber ja, jede Sportart hat ihren Reiz und bei uns ist natürlich auch die Schnelligkeit, diese Gedankenschnelligkeit und diese Action auf dem Eis. Robert, nochmal zurück zum Thema Sportsponsoring. Wenn man sich mit Little John Bikes beschäftigt, ihr macht da nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, wir streuen das jetzt mal im Gießkantenprinzip, sondern ihr schaut schon sehr genau hin. Das passt zu uns und das hat vermutlich mal, ich spiele jetzt mal den Puck, sagt man im Eishockey zu direkt, vermutlich mal eben tatsächlich auch was mit dieser Entwicklung, mit dem Engagement für die Region zu tun. Was dir und was euch als Unternehmen, glaube ich, da auch sehr, sehr am Herzen liegt, dass ihr eben beides versucht miteinander zu verbinden. Ja, also wenn ich auch nur einen Verein treffe und das passiert wirklich sehr, sehr regelmäßig. Also ich kann fast sagen, wöchentlich schreiben mich Vereine an in jeglicher Größe. Also ich sage mal, bis Regionalliga, Fußball, auch mal zweite Bundesliga, Handball oder so. Also jetzt erste Liga nicht, aber ich kriege sehr, sehr viele Anfragen. Dann gibt es bei mir immer den Eröffnungssatz, wir machen kein Sportsponsoring. Warum? Weil wir glauben, wir sind relativ akademisch getrieben und irgendwo eine Bande hinhängen, das macht überhaupt gar keinen Sinn oder ein Logo. Aber wir haben natürlich ein ganz großes Interesse an den Netzwerken, die hinter den Vereinen hängen und an den Menschen, die hinter den Vereinen hängen. Das heißt, wir haben eine Mechanik entwickelt, die wir nicht nur mit den Füchsen machen, sondern auch mit anderen Vereinen zu sagen, wir machen was miteinander, wir entwickeln was miteinander um das Thema Fahrrad. Wir haben zum Beispiel auch ein Pausenspiel bei den Füchsen. Und mein Interesse ist an das B2B-Netzwerk, an die Sponsoren, auch an die kleinen Sponsoren, dahinter ranzukommen mit meinem Produkt, in dem ich ganz stark bin mit dem Thema Dienstrad. Und da muss ich sagen, wenn man dahinter die Kulisse der Füchsen guckt und das ist jetzt nicht eine Huldigung, so ein wahnsinnig großes Sponsornetzwerk an Kleinst-, Mittel- und Großsponsoren wie die Füchse haben, das ist gigantisch. Also Dirk wird das wahrscheinlich selber wissen, ist jetzt nicht jemand, der damit sehr extrovertiert umgeht, aber ich habe jetzt viele Einblicke, also wie gesagt, Handball, Fußball, Frauenfußball, zweite Bundesliga, da gibt es Sponsorenlisten, die sind deutlich kürzer als die Sponsorenliste der Füchse. A, durch die Tradition, B, ich glaube auch durch die Identifikationsfigur Dirk Rohrbach, die ja genetisch seit 1932 dort aktiv ist. Ja, Opa Siegfried, ja. Ja, genau. Und das ist der Auslöser. Das bedeutet, wir machen kein Sportsponsoring, wir sind aber interessiert, mit jedem Verein ins Gespräch zu kommen, weil wir ein ganz tolles Dienstradprodukt haben, was für Klein- und Mittelständler ein Add-on ist, als Benefit für ihre Mitarbeiter. Und das ist sozusagen die Brücke. Und natürlich bei den Füchsen kommt, das kann man nicht verleugnen, eine Identifikation mit dazu, weil ihr habt auch eine große Fanbasis in Dresden, selbst wenn Dresden ein eigenes tolles Eishockey-Team hat. Ihr strahlt ja in Richtung Brandenburg und in Richtung Sachsen, eigentlich in beide Bundesländer, fast bis Berlin und im Süden dann bis Chemnitz. Und das ist einfach das Herz unserer Region, wo wir herkommen. Und so können wir sehr gut miteinander Engagement und auch, das muss man sagen, Betriebswirtschaft so miteinander verbinden, dass wir sagen, na klar, engagieren wir uns da. Und ich glaube, die Sponsoren, die bei euch ja zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren engagiert sind, die wissen genau, was sie tun. Die wissen auch, was ihr Gutes an euch haben, weil wenn man sich die Performance der Füchse so anschaut, der Robert hat es gerade schon angedeutet, in jeder Hinsicht, ob das jetzt Tradition ist, ob das Verbundenheit mit der Region ist, aber eben auch sportlicher Erfolg ist, ihr seid da richtig gut unterwegs. Zuschauerentwicklung und so weiter und so fort. Also es lohnt sich durchaus. Wir können ja gerne mal die Werbetrommel rühren, jetzt auch als Sponsor bei euch einzusteigen. Das auf alle Fälle. Wir haben insgesamt 250, das ist die größte Anzahl überhaupt in der DEL 2, also in der deutschen Eisekuliga 2, auch in der DEL. Wir haben, wie Robert schon sagte, kleine, Mittelstand, aber auch ein vereinzelt große Sponsoren, die uns unterstützen. Das kommt von der ganzen Lausitz, von oben, von Guben oder Spreewald, Sönftenberg, Kamenz, aber jetzt runter bis Zittau. Und wir haben aber nur einen Halbkreis, das muss man auch sagen. Aus Polen kommt dann weniger oder kaum Zuschauer beziehungsweise keine Sponsoren. Aber natürlich macht das natürlich auch Freude und diese Motivation, dass so viele Leute uns unterstützen. Einmal auch die Fangemeinde, wir haben über 1000 Dauerkarten, die ist ja verkauft, das ist ein absoluter Rekord. Wir haben kaum noch Sitzplatzmöglichkeiten bei uns in der Eisarena, aber trotzdem haben wir einen Zuschauerschnitt von 2500 Besuchern. Das ist schon Wahnsinn für uns, aber auch dieses Netzwerk, was wir natürlich brauchen, was Robert auch braucht, weil wir sind familiär aufgestellt, das ist für uns wichtig. Ich kenne jeden Sponsor persönlich, versuche auch jeden Sponsor einmal pro Jahr zu besuchen, persönlich halbe Stunde zum Kaffee, Smalltalk, weil es wichtig ist, nicht nur unsere Sorgen oder unsere Ideen auf den Tisch zu bringen, weil wir müssen auch zuhören und das ist auch wichtig, dass es ein Miteinander ist und einen Mehrwert für beide gibt. Und da lege ich ganz großen Wert drauf und natürlich diese Entwicklung der letzten Jahre, laut der Füchse, der Anspruch ist sehr hoch, auch bei mir und deshalb da wollen wir gerecht werden und diesen Dank kriegt man zurück von den Fans und von den Sponsoren. Und soll ja weitergehen, die Entwicklung. Ist der Plan. Ist der Plan, genau. Als der Kinder war, sind glaube ich noch 15.000 Menschen zu spielen gegangen, bei den Füchsen. Ja, also wir hatten genau, das war damals, zu DDR-Zeiten war es so, wir hatten natürlich mit 40.000 Einwohnern eine größere Stadt als jetzt oder mehr Einwohner als jetzt, wo man jetzt nur knapp 16.000 Einwohner hat, aber wir hatten an der hiesigen, wo jetzt die Eisarena neu gebaut worden ist oder vor zehn Jahren mittlerweile schon, da stand das Bill & P. Kunstleistradion, das größte Freiluftradion Europas und das waren ja die klassischen Duelle, Hauptstadt gegen Provinz, also Berlin gegen Weißwasser, Dynamo gegen Dynamo und das immer ewige junge Duell und da sind bis 14.000, 15.000 Zuschauer in die Arena, in die Schüssel gekommen und das war natürlich auch ein Wahnsinn, diese Begeisterung damals schon, aber sie hat nicht nachgelassen. Entschuldigung, ich wollte den Robert jetzt nicht abwürgen, hat sich gemeldet, ich habe nochmal zum Thema, ist wie in der Schule hier wo. Wir haben jetzt so viel über Schule gesprochen. Also Bill & P. Stadion, einer von diesen 14.000, 15.000 war übrigens ich und der zweite war mein Vater. Ja, ich kann mich da erinnern, minus 10, minus 12 Grad draußen, trotz heißer Zitrone, weil einen Grog durfte ich damals noch nicht trinken, Decke und dicken Socken habe ich mich wirklich manchmal zu Tode gefroren in diesem Stadion. Die Atmosphäre damals war einzigartig, das kann man nicht mehr beschreiben. Natürlich baulicher Natur hat das dann nicht mehr in die Welt gepasst. Irgendwann, Adi, mach's mit, mach's nach, mach's besser, war auch mal im Willim-Pik-Stadion, auch dort war ich mit dabei. Da gibt es also viele emotionale Verbindungspunkte. Ich möchte nochmal zu dem Duktus der Füchse kommen. Wir haben als Unternehmung auch schon im Spitzensport uns engagiert und haben dort die Erfahrung gesammelt, dass es manchmal menschlich zwischen Sponsor und Sponsi einfach nicht passt. Und als ich damals den Kollegen von den Füchsen kennengelernt habe, den André Schilbach, hat er gesagt, okay, Robert, wir haben mehrere Zielgruppen. Wir haben natürlich die Spieler, wir haben unsere Zuschauer und wir haben Vereinsmitglieder und wir haben auch unsere Dauerkartenbesitzer. Das heißt, er ist gleich mit einem Ansatz gekommen, wo es nicht nur darum geht, ja, ich brauche jetzt irgendwie 40 Scheine oder 50 Scheine und dann Logo. Und das hat mir direkt gefallen. Das ist jetzt ein Ansatz, den wir als Unternehmung auch haben und sagen, okay, es muss nicht nur die Kohle passen. Wir sind sehr engagiert in der Region. Wir haben das Pedalino Kinderfahrerprojekt, wo jedes Jahr eine sechsstellige Summe gemeinsam mit weiteren Sponsoren investiert wird. Ich mache selbst Management-Meetings und diese Dinge bei uns in der Region, ja, ich kann das erwähnen, Hotel Kristall, auch ein Sponsor von den Füchsen. Das mieten wir dann vollständig und machen dort unsere Events. Ich könnte ja auch nach Mallorca fliegen. Also wir versuchen schon immer, Dinge zurückzufließen lassen in die Region, was dem Dirk gar nicht so bewusst war und was vielen nicht bewusst ist. Das ist uns wichtig. Und das Allerwichtigste ist, dass es vom Duktus, vom Habitus miteinander passt. Und das muss man sagen, das passt extrem mit den Füchsen. Und wie gesagt, ich will das nochmal wiederholen, wenn ich sehe, auf wie viel Termin ich Dirk Rohrbach auf der Liste sehe, das ist unfassbar, wie du das eingangs gesagt hast, wenn sich nur die Hälfte der Menschen so engagieren würde und so viel für die Region machen würde, wie das der Dirk macht, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Denn ich bin ja jemand bekanntlich, der irgendwie um 4.30 Uhr aufsteht und einen recht langen Arbeitstag hat. Wenn ich mir aber anschaue, wie viele Kilometer der Dirk abspult und wie viele Termine, dann denke ich manchmal, Robert, du bist ein ganz schön faulter Sack. Das ist ja ein Lobestum. Danke, aber nur so geht es, denke ich. Dieses Netzwerk brauchen wir genauso wie jeder andere Unternehmer und man muss die Leute mitnehmen. Das ist auch wichtig. Wir sagen im Sport Player, manche sagen Akteure, aber wir sagen Player und die brauchen wir. Und man muss eben auch da vorne rangehen und sagen, okay, so geht, das ist der Weg und kommt mit diese Begeisterung, aber auch dieses Authentische, diese Leidenschaft, dieses Herzblut. Und das muss man spüren und da hat man großen Erfolg, wenn man dann natürlich die Leute mitnehmen kann und der Erfolg sich dann auch einstellt. Wir sind schon wieder bei der halben Stunde, das heißt fast schon wieder am Ende. Es ist eine Tradition, Dirk, dass wir so gegen Ende dieser Podcast-Reihe immer nach persönlichen beziehungsweise überhaupt auch nach Zielen fragen. Gibt es so für dich naheliegende persönliche Ziele beziehungsweise gibt es auch Ziele, die die Füchse betrifft, Saisonziele? Erzähl uns mal noch was darüber. Ja, kurzfristig ist es erstmal so, dass wir natürlich eine erfolgreiche Saison spielen wollen. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das ist immer wichtig, dass wir in die Playoffs einziehen. Wir haben natürlich in dieser Saison auch nochmal ein Highlight. In Klingenthal, in der Vogtland-Arena, also Skisprung-Arena, wird es drei Outdoor-Games geben. Also einmal spielt das Sachsen-Derby Krimmetschau gegen Dresden am Freitag, den 16. Februar. Am 17. Februar spielt die tschechische Extraliga Karlsberg gegen Pilsen und am Sonntag spielen die Lausitzer Füchse gegen die Eisbären Regensburg. Also auch nochmal ein Highlight in dieser Saison wird es geben. Langfristig oder mittelfristig sehe ich, dass der Strukturwandel bei uns gelingen muss. Da müssen wir alle anpacken, da müssen wir alle Ideen auf den Tisch bringen, dass der Strukturwandel diesmal gelingt, dass wir diesen Mehrwert spüren, dass die Leute wieder diese Euphorie, diesen Optimismus versprühen können. Und da sind wir natürlich auch gefragt, alle gefragt, weil wir haben natürlich auch eine große Vision in Weißwasser, dass wir eine internationale Sportakademie errichten wollen im Rahmen des Strukturwandels, um natürlich auch den Eisöcke-Standort erstmal zu sichern, aber auch um, ich sage mal, für alle Leute, für alle Bürger auch diese Lebensqualität zu erhöhen. Und international geprägt ist natürlich auch wichtig, dass wir vielleicht Fachkräfte auch in die Lausitz bekommen, die wir notwendig haben, um den Strukturwandel auch erfolgreich zu machen. Und das ist eine Vision, die die nächsten acht bis zehn Jahre verwirklicht werden soll. Und da bin ich natürlich ein Kämpfer und ein Fighter und werde natürlich alles dran setzen, dass der Standort Weißwasser, ich sage mal, diese Qualität und diesen Anspruch auch genüge trägt und wir auch weiter, auch in 100 Jahren, also ich sage mal, theoretisch in zehn Jahren haben wir 100 Jahre Eishockey in Weißwasser, also 2032, dass wir da die Akademie eröffnen können und so viele Kinder wie möglich hier auch in Weißwasser begrüßen können. Und ihr bleibt auch bei der Verbindung Fahrrad-Eis, ihr bleibt auch bei der Glatteis-Challenge, die es hier bei euch gibt. Die machen wir auch, das ist jedes zweite Heimspiel, das geht bis Ende der Hauptrunde. Der schnellste Fahrer wird dann dementsprechend prämiert, über 2.500 Euro. Ein E-Bike gibt es, ja. Genau, ein Gutschein für ein E-Bike für 2.500 Euro. Also da ist schon Action drin, also unser Trainer, beziehungsweise auch die Spieler haben sich auch mal ausprobiert, das ist nicht ganz so einfach auf Glatteis, aber es hat den Spaß gemacht und die Anmeldung ist immer sehr groß, also wir haben viele Anfragen, die sich ausprobieren wollen und das ist natürlich auch eine Action für die Zuschauer auf dem Eis, wenn da mit dem Fahrrad die Runde gefahren wird. Glaube ich. Robert, was werden wir eher erleben? Den Dirk auf einer ausgedehnten Radtour oder dein Comeback auf dem Eis? Oh, da muss ich ehrlich sagen, da sehe ich den Dirk eher, ohne dass er sich seine radfahrerischen Fähigkeiten einschätzen kann. Auf dem Eis war ich wirklich sehr, sehr lange nicht. Ich habe ja dann noch eine Weile Inline-Hockey gespielt, in der Bayern-Liga tatsächlich und das ging auch ohne Training. Sag mal durch meine Physis und durch die Frühausbildung ging das wirklich ziemlich gut, aber das ist fast ausgeschlossen, dass ich in irgendeiner Form, ich sag mal realistisch, mal wieder Eishockeyspiele, außer vielleicht mit der Pudelmütze auf dem Teich. Das haben wir übrigens tatsächlich auch auf der Sportschule gemacht. Bis Mitte der 90er ging sowas mit dem damaligen Bundestrainer Lettliff Übel. Heutzutage ist das ausgeschlossen, es ist so hochprofessionell, die Trainingsmethodik, das niemand mehr mit der Pudelmütze und mit dem Puck. Da hatte ich übrigens auf der Sportschule immer große Vorteile durch meine Vorausbildung, wenn wir mal Eiszeit hatten auf dem Madloher Badesee. Nee, das wird nicht passieren. Aber ich habe auch noch ein paar Ziele in diesem Jahr. Wir haben eine richtig beinharte Saison, André, darüber haben wir oft gesprochen. Das heißt, mein Ziel ist in diesem Jahr die Unternehmung so durch diese Challenge, die wir im Moment haben, zu führen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder wachstumsfähig sind. Wir wollen drei neue Läden machen, das ist für uns wenig. In diesem Jahr haben wir zehn gemacht. Wir werden sehen, dass wir weiterhin an unserer Arbeitgebermarke arbeiten und dass wir es schaffen, vielleicht Talente, wie der Dirk das gesagt hat, zu attrahieren, die nicht alle aus Sachsen kommen, sondern vielleicht sogar Talente attrahieren, die aus anderen Ländern kommen. Weil das ist aus meiner Perspektive die Hauptaufgabe in der Lausitz. Wo kriegen wir Fachkräfte her? Nicht nur Leute, die im Fahrrad arbeiten, sondern auch Eishockeyspieler, Manager, gewerblich geprägte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das sind Themen, die uns auch verbinden und die extrem wichtig sind. Und da werde ich nicht müde werden, auch mit dem kleinen Gewicht, was ich hier habe in der Region, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und die davon zu überzeugen. Ich habe selber einen sehr internationalen Lebenslauf, du weißt das, mit Stationen in Arabien, in den USA, in England, in Australien. Das ist meine langfristige Mission, egal ob ich irgendwann noch mit Fahrrad mache oder nicht, in dieser Region dafür zu stehen, zu sagen, lasst uns weltoffen sein, lasst uns Talente attrahieren. Wir haben ganz viel zu geben für junge Familien. Wir haben eine tolle Region. Lasst die Leute zu uns kommen, lasst die sich einbringen und lasst neben Pilzen und Wandern und Badeseen hier Geschäfte aufbauen und ein Business aufbauen, was langfristig Arbeitsplätze sichert und die Region, ich möchte nicht von Aufblühen sprechen, aber ich sage mal, zumindest am Blühen, am Blühen erhält. Das ist mein langfristiges Ziel. Und ihr seid beide stabile Partner, dafür, das kann man sagen, also gerade in der Fahrradbranche, seid ihr konstant, während es für viele andere Händler sicherlich ein Jahr eine Glatteissaison, möchte ich mal sagen, um im Bild zu bleiben, war. Also da sind viele auch gestrauchelt und rausgerutscht. Aktuell ist es ja durch die Presse gegangen, dass Fahrrad.de, besser gesagt, die Mutter von Fahrrad.de, Insolvenz angemeldet hat, aus verschiedenen Gründen, die ich gar nicht beurteilen kann. Aber der Teilemarkt ist extrem schwierig. Auch der Absatz im Fahrrad ist relativ stabil, aber es gibt zu viel Ware. Wir haben das ganz gut im Griff, deswegen, wir hatten dazu auch schon einen Podcast. Jetzt geht es aber darum, die Unternehmung fürs nächste und fürs übernächste Jahr fit zu machen. Da muss man im Winter sehr auf die Liquidität achten, weil es gibt eben jetzt sehr wenig Absatz, weil die Leute jetzt Weihnachten und Stollen und Eishockey hoffentlich im Kopf haben und nicht Fahrrad fahren. Unsere Saison geht wieder los im März und da müssen wir fit sein. Und ich glaube, Dirk, das wird es so unterschreiben, also auch die Füchse als Teil, aber auch als Treiber des Strukturwandels in der Lausitz. Ich glaube, so kann man euch verstehen und ich glaube, das ist auch dein mittel- und langfristiges Ziel. Das ist auf den Punkt gebracht, an Botschafter der Lausitz zu sein und wir haben von den 25 Profispielern sind 20, die nicht aus der Lausitz kommen. Und die braucht dich nicht groß überzeugen, hierher zu kommen. Mr. Brightkreuz zum Beispiel. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen, da ist der Sportler des Jahres geworden. Genau, richtig. Und er ist heimisch geworden, er hat einen langfristigen Vertrag, seine Familie wohnt in Weißwasser und das sind natürlich auch Argumente gegenüber anderen Spielern, die jetzt zuerst einen kleinen Vorurteil auch haben gegenüber Lausitz, kleinen Standort. Aber es ist alle, die hier sind, die sind begeistert. Erstmal natürlich Hockey Town, das ist das eine, aber das zweite ist auch die Landschaft. Viele Großstädter sagen, oh, das ist ja super, ich habe ja hier Möglichkeiten, die ich noch nie gesehen habe in so einer Großstadt, also in der Region hier bei uns und das finde ich eben toll und ich sage mal, wir sind alle Naturmenschen. Wir mögen das, wir gehen Pilze sammeln, ich gehe angeln gerne, geschwimmen und Fahrrad fahren und alles mögliche und das ist, wie gesagt, das sind die guten Seiten, die müssen wir aber auch transportieren, dass wir natürlich auch die Aufmerksamkeit haben und dafür sind wir Botschafter, die Leute zerfüchsen, wir sind der Leuchtturm mit der großen Strahlkraft und das nutzen wir natürlich aus. Lasst uns ganz zum Schluss die Synergien bitte noch zusammenbringen, das heißt, es gibt viele Menschen, die unseren Querfeldein-Podcast hören, aber vielleicht noch nichts oder noch nichts Genaues über eure Präsenz in den sozialen Medien zum Beispiel wissen, also das umgekehrt natürlich auch, also alle, die uns, also ihr habt jetzt auch natürlich einen Auftritt bei Insta, bei Facebook. Genau, wir haben diese klassischen, also wir haben eine sehr wunderbare Homepage, wo circa 10.000 Besucher am Tag oder Klicks kommen, das ist natürlich schon eine Menge, wir haben Facebook, wir haben Instagram, LinkedIn, Zing und so weiter, da sind wir natürlich vertreten, wir haben jetzt TikTok seit kurzem eröffnet, also auch ein Programm, wo ich sage, die ganz jüngeren Zuschauer damit anzulocken, also wir sind schon sehr gut unterwegs, wir vergessen aber auch nicht unsere älteren Leute, die jetzt nicht so mobil sind auf dem Handy oder wir sind auch immer ansprechbar bei uns in der Geschäftsstelle oder bei uns im Fanshop oder während des Spiels, da habe ich viele Begegnungen, wo wir einfach uns mal austauschen, aber wir sind natürlich überall erreichbar und über die Lausitzer Füchse Homepage kann man alles dementsprechend auch nutzen. Wenn ihr uns über diese Quelle gerade hört, geht's gern mal auch auf die Präsenz von Little John Bikes, lohnt sich auch und umgekehrt so obert natürlich auch die Einleitung für alle Querfeld-Ein-Fans, schaut euch mal an, was die Lausitzer Füchse da machen. Ja und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf das erste Angel-Reel vom Dirk auf TikTok. Ich habe persönlich keinen Account, Dirk, aber wenn du da aktiv bist, dann werde ich mir das überlegen, ob ich da auch nachziehe. vielleicht ziehe ich nach. Aber Angeln ist cool, das macht er. Ich war jetzt wieder in Norwegen gewesen, wir sind ehemalige Spieler, wir sehen uns kaum ein bisschen verstreut und wir wollen, also wir nehmen uns das vor, einmal im Jahr nach Norwegen zu fahren für zehn Tage und da waren wir jetzt im September gewesen und es hat wieder Spaß gemacht. Wir haben jetzt nicht ganz so viel geangelt wie die Jahre davor, aber das hat auch keine Rolle gespielt. Wir haben uns wieder gesehen, wir haben über die alten Zeiten wieder gesprochen, auch wie wir angefangen haben, auch über die Trainer im Nachwuchsbereich und so weiter und das hat Spaß gemacht und natürlich, aber die Lausitz gibt es auch her, dass man vor Ort angeln kann, da muss ich gucken und dass ich die Zeit natürlich finde. Schön, dass der Robert dich heute hat ködern können. Ja. In der Sprache sie bleiben und schön, natürlich auch umgekehrt, dass ihr den Robert geködert habt als Sponsorpartner Little John Wax. Ich darf herzliches Dankeschön sagen, Dirk Rohrbach. Sehr gerne. Dankeschön Robert Feske und wie gesagt, empfiehlt uns weiter, teilt das gerne, liked das, gebt uns Hinweise Anregung, was auch immer und wir hören uns dann schon bald mit Querfeldein Nummer 17. Dankeschön Dirk, Dankeschön Robert. Sehr gerne. Tschüss André. Querfeldein, Querfeldein wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstrad-Experten. Dirk Rohrbach. Dirk Rohrbach. Dirk Rohrbach. Dirk Rohrbach. Dirk Rohrbach.